Hundeschule und Tierberatungspraxis Uta König. In ihrer Hundeschule stärkt Uta König mit Spiel und Spaß das Vertrauen zwischen Hund und Mensch. Sind gesundheitliche Probleme akut, hilft sie zudem mit der Lebensenergieberatung. Mittels ganzheitlicher Systemdiagnose unter Zuhilfenahme von Surrogaten wie Haaren oder einem Foto deckt Uta König Krankheitsursachen in Ferndiagnose auf, unterstützt durch sensitive Radionik den Heilungsprozess und begleitet Tiere auch auf dem letzten Weg. Uta König. Tiere können sagen, was sie brauchen.